Wie Internet wirklich ist, wir sehen hier einfach mal 5G. 5G ist natürlich super schnell. Dann 4G ist auch schon sehr, sehr schnell, aber natürlich ein bisschen langsamer als 5G. 3G hat schon eine etwas größere Verzögerung. Es kommt zwar auch an, aber dauert natürlich ein bisschen länger. Original-Video ist natürlich auch immer in der Beschreibung verlinkt, Freunde. 2G, ei, 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 das kann wirklich ein bisschen dauern. Irgendwann ist es aber soweit und man hat dann die Verbindung endlich aufgebaut. Kann man mal machen.